Was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist einer der nächsten ganz großen Trends, die wir sehen für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und wir sind der Meinung, dass es mehr und mehr Investoren gibt, die danach suchen, eine Übereinstimmung zwischen ihren persönlichen Wertvorstellungen und Anlagemöglichkeiten zu erreichen. Und wir möchten dort eine Möglichkeit bieten, wie man eine Definition von gewissen christlich-ethischen Kriterien mit traditionellen Anlagen zusammenbringen kann und sehen dort ein entsprechendes Potenzial im Markt. Der Fonds heißt Credit Suisse Fund Lux Christian Values, ist ein Luxemburger Fonds, der aber auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist. Wer investiert in Achtung?